Die Traveller Camp von Amazonas All-in-One-Hängematte wiegt gerade 1,7 Kilogramm und ich habe die Abspannschnüre schon mit eingepackt und das Paket ist auch nicht wirklich groß. Wie man die aufbaut und was man beachten soll, zeige ich euch in dem Video. Bleibt also dran. Schauen wir uns ganz kurz den Packsack an. Der hat vier Komprimierriemen an den Seiten, ist wasserfest und unten hat er ein gummiertes Mesh bzw. Netz, damit die Feuchtigkeit, sollte mal die Hängematte nass werden, raus kann. Was dabei ist, sind die Heringe für das Tarp in dem Säckchen hier und was man benötigt, ist auf jeden Fall das Adventure Rope. Es ist sehr leicht und klein, um die Hängematte aufzuhängen und diese hier sind separat, das heißt, wenn der Baum ein bisschen dicker ist, kann man die verwenden, um die ganze Geschichte etwas zu verlängern. Wie hänge ich den Baumgurt eigentlich auf oder wie hoch? Nun, ihr müsst bedenken, das ist ja nicht wie bei einer normalen Hängematte, dass man den 30-Grad-Winkel hier einhalten muss, sondern wir spannen im Prinzip ein Tarp ab. Das heißt, es darf schon ordentlich hoch sein, je nachdem wie man das möchte, kann man das ein bisschen verstellen. Das muss man dann nachher ausprobieren. Das ist nämlich das Einfache an dem System. Man muss eigentlich nur so weit denken, dass man das Tarp abspannt, denn die Hängematte hängt ja drunter. Hat man dem Baumgurt die Aufhängung am Baum angebracht, kommt der nächste Schritt und zwar die Hängematte aufhängen. Dann nimmt man die Schlaufe mit dem Pfeil. Der Pfeil muss nach oben zeigen. Das ist wichtig, weil dort hängt ja das Tarp mit dran und das Tarp ist oberhalb der Hängematte logischerweise und deswegen muss der Pfeil nach oben. Und jetzt verbinden wir ganz einfach das Tarp mit der Hängematte hier an dem Baumgurt. Denkt dran, mit dem Pfeil nach oben, das ist sehr wichtig. So, wie machen wir das jetzt? Dann gehen wir einfach da drum und verknüpfen das mit dem Adventure Rope beziehungsweise mit dem Baumgurt. So schaut das dann aus, ist dann fest. Das sieht doch ganz gut aus schon. Das geht auch ein bisschen schwerer. Und hier, wie man sehen kann, falls man es sehen kann, haben wir in etwa den 30 Grad Winkel ja schon bereits vorgespannt. Und die Höhe, die kann man sich hier nach Wunsch noch verstellen. Wenn das alles passt, kann man das Tarp hier noch ein bisschen verschieben, je nachdem, wie man das braucht. So, das sollte natürlich hier auf jeden Fall über der Hängematte sein, wenn es regnet, dass dann die Hängematte nicht nass wird, ist ja klar. So, und dann kann man das Tarp schon abspannen. Bevor man dann weitermacht und das Tarp abspannt, sollte man vielleicht erst mal schauen, ob die Hängematte für einen so in etwa ausreichend abgespannt ist, ob es bequem ist, ob man sitzen kann. Wichtig ist auch bei der Höhe, dass man mit den Füßen leicht auf den Boden kommt, sonst wird es unbequem, wenn man so sitzen möchte. Also die könnte noch ein Stück weiter runter, sonst schneidet mir nämlich die in die Beine, weil die Füße nicht ganz aufsitzen. Und das dann doch etwas unbequem. So, und vom Sitzen her, Schuhe am besten ausziehen. Liegen her, ist es an sich schon perfekt. Ihr seht, mit wenigen Handgriffen liege ich schon in der Hängematte. Man muss ja auch das Tarp nicht wirklich abspannen, nicht zwingend. Das ist natürlich schon besser dann, aber man kann auch so draußen schon mal ein bisschen Pause genießen, wenn man vielleicht gerade eine anstrengende Tour hinter sich hat. Wie ihr gesehen habt, der schwere Teil ist schon gemeistert. Jetzt müssen wir nur noch das Tarp abspannen und dann ist das Ganze erledigt. Die Abspannleinen für das Tarp, die sind schon dabei, die sind hier eingepackt. Wie bei den Wing Tarp von Amazonas schon bekannt, sind die Abspannleinen einfach hier integriert. Und fertig ist das Set. Man kann das Tarp natürlich auch ein bisschen niedriger abspannen, aber so hat man mehr Platz. Das Volumen ist dann riesig, wie man sehen kann. Nur als kleiner Tipp, das Sackerl mit den Heringen, das hänge ich dann immer mit hier an den Karabiner dran vom Tarp. Dann verliert man ihn nicht. Setup steht, wie man sieht, alles bestens gelaufen und hier kann man dann die Hängematte noch verstellen, die Höhe. Das heißt, wir können die jetzt auch nach oben ziehen, bis nach oben ganz. Und schon könnt ihr hier unten drunter gemütlich sitzen. Ja, es ist eine Menge Platz, wenn es dann regnet. Natürlich auch euer Gepäck drunter packen und so weiter. Die Hängematte hat selbstverständlich auch ein Einschubfach für die Isomatte. Empfehlen kann ich da solch eine Isomatte, weil das Liegen da nicht so starr ist. So, jetzt reinlegen, das habe ich mir echt verdient. So, das war es auch schon mit dem Video über den Aufbau der Hängematte. Ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen. Andere Videos über Hängematten, wie zum Beispiel, wie schütze ich mich gut vor Kälte im Winter, die habe ich oben verlinkt und schaut es auch gerne mal in die Infobox und lasst mir doch auch einen Daumen nach oben da und ein Abo, ich freue mich. Ich selber mache noch eine Overnighter. Ich bleibe heute hier über Nacht und werde die Zeit genießen draußen im Wald. Dann danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Servus, Ciao. Macht es gut, Servus, Ciao. Das war es gut, Servus, Ciao.